Musik Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Beginnen wir heute wieder miteinander mit dem ersten Tag der Hingabe in Ovene. Gebt euch ganz mir hin. Jesus spricht zur Seele, also zu dir und zu mir. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern. Und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt und eure donnenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt. Und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem er sagt, sorge du. Und das wollen wir jetzt wieder tun. Jesus sanft und demütig von Herzen, Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sarge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du, Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen, O Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen, O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.